Ich höre ziemlich oft das Argument, ob Aktien jetzt steigen oder fallen, interessiert mich nicht. Ich habe keine Aktien. Ich kaufe keine Aktien. Ich hatte nie Aktien. Ich interessiere mich auch nicht für Aktien. Mir ist das egal. Sollte dir das wirklich egal sein, wenn der ganze Aktienmarkt abschmiert? Ich erkläre jetzt ganz kurz, warum eigentlich nicht. Aktien sind ja Anteile an Firmen. Das heißt, Firma XY, sagen wir mal Coca-Cola, gibt dir die Möglichkeit, in das Unternehmen zu investieren. Das heißt, sie geben, sagen wir mal, 100 Anteilsscheine Coca-Cola raus. 100 Aktien sind im Verkauf. Dann gehört dir, wenn du eine Aktie kaufst, ein Hundertstel von Coca-Cola. Und dieser Aktienwert, wenn du den jetzt für 50 Dollar verkaufst, dann ist die ganze Coca-Cola 50 mal 100 Euro wert. Also 5000 Euro. Es sind natürlich ein paar mehr Aktien draußen von Coca-Cola. Und entsprechend ist auch der Börsenwert höher. Was bedeutet das, wenn jetzt der Aktienwert komplett fällt? Nicht alle Aktien sind ja an Aktienkunden, an Aktienkäufer ausgegeben, sondern oft hält ja die Firma auch noch einen eigenen Anteil. Sagen wir mal 20%, 30% der Aktien sind in der Firma oder gehören der Gründerfamilie oder sowas. Und wenn die sich jetzt zum Beispiel neues Kapital beschaffen müssen, die wollen einen Kredit haben, die wollen sich neue Investoren an Land ziehen und der Aktienwert ist jetzt gerade total im Sturzflug. Dann heißt das, die kriegen ganz schwierig einen neuen Kredit oder sie kriegen ganz schwierig neue Investoren ins Boot, die sie aber vielleicht brauchen für eine Innovation, für neue Standorte und so weiter. Das heißt, die werden Investitionen verzögern oder sie werden sie einfach gar nicht machen. Und das wiederum hat natürlich eine Auswirkung auf die reale Wirtschaft, hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze, die versuchen dann, die Aktie wieder attraktiver zu machen, die Firma wieder attraktiver zu machen, indem sie zum Beispiel sagen, wir sparen bei den Kosten. Einfachstes Ding, um Kosten zu sparen, ist sehr oft Leute entlassen. Dann habe ich 100 Arbeiter weniger, muss ich 100 Löhne weniger bezahlen, habe ich meine Kosten gesenkt. Der Börsenwert ist zwar der gleiche, aber ich habe weniger Kosten. Also sagen die Leute wieder, jetzt ist es ja schon irgendwie cool, die machen ja mehr Gewinn, weil sie weniger Kosten haben und so. Und dann kaufen sie vielleicht die Aktie wieder. Und es gibt wenige Firmen, die schlicht und einfach so viele eigene Reserven haben, dass ihnen das schlichtweg völlig egal ist, was der Aktienmarkt macht. Sondern viele sind sehr abhängig davon, von diesen Bewertungen. Und deswegen hat das immer auch eine reale Auswirkung auf den Markt. Außerdem investieren ja auch zum Beispiel Rentenfonds in Aktien oder in Aktien-ETFs, also in so Fonds, die Aktienstrukturen abbilden, wie zum Beispiel einen DAX nachbauen oder sowas. Und wenn die Aktienmärkte natürlich dramatisch fallen, hat das auch für den Gesamtwert eines solchen Rentenfonds oder so natürlich gravierende Auswirkungen. Oder auch Privatanleger, die über so eine Riester-Rente mit Aktienfonds in den Aktienmarkt investiert haben oder so. Also es hat sehr viele Schichten, die in die private Wirtschaft überschwappen, vor allem wenn diese Abwärtstrends lange dauern. Dann haben viele Firmen Probleme und das wirkt sich dann in Arbeitslosigkeit, in niedrigeren Rentenerwartungen, in zurückgehaltenen Investitionen. Da hängen ja auch wieder andere Firmen dran. Wenn Coca-Cola sagt, wir bauen jetzt keine zehn neuen Standorte, dann kaufen die auch nicht zehnmal die Maschine, dann kaufen die auch zehnmal nicht so und so viel Tonnen Zucker, die sie da in die Cola schütten und so weiter. Bitte jetzt nicht an diesem Coca-Cola-Beispiel sich aufhängen und sagen, Zucker ist eh ungesund und so ist nicht so schlimm. Also das hat eher mit der Sicht zu tun, ob mir das egal ist oder nicht, hat eher mit der Sicht zu tun, bin ich ein kompletter Selbstversorger und mir ist wirklich völlig egal, was draußen passiert, oder bin ich schon auch abhängig davon, dass um mich herum so ein bisschen Infrastruktur und sowas funktioniert und das auch in meinem Ort zum Beispiel nicht plötzlich 50% arbeitslos sind oder sowas, denn das macht ja auch dort das Leben wieder schwieriger. Und solche Abwärtstrends, wenn sie ganz lange anhalten, wenn es richtig in eine Rezession geht, in eine Depression geht, dann hat das natürlich auch Auswirkungen, wenn viele Leute entlassen werden, wenn die Löhne dann runtergehen statt hoch, wenn die, weil eben viele Arbeitskräfte auf dem Markt sind und so weiter, dann hat das auch Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Diese Leute müssen ja trotzdem etwas essen, die müssen ja trotzdem bezahlt werden. In Deutschland kriegt man dann Arbeitslosengeld oder Hartz IV, in anderen Ländern ähnliche Leistungen und so weiter. Also es hat auch sehr viele Auswirkungen langfristig. Und das sind dann so Spätfolgen, die sich noch über Jahre hinziehen und natürlich kommt der Staat dann immer auf die Idee, dann erhöhe ich doch ein bisschen die Steuern oder dann spare ich hier wieder was oder dann mache ich hier wieder weniger. Das betrifft uns alle und deswegen ist es nicht egal, ob die Aktienkurse fallen oder steigen.